Oje Botte! Oje Botte! Emanuel Ungaro Diva! Was ist denn das schon wieder? So, für das hier habe ich bezahlt 100ml Eau de Parfum, 20 Euro und 99 Cent. Aber ich habe die 100ml auch einmal für 17 Euro gesehen. Geld ist gut, Geld ist geil! Ich habe das auch als... Kommt noch einmal! ASMR! Trocken! Und ich habe das auch als Grossfaktise checkst du... Komm, das ist geil! Boah, voll geil! Aber was kann der Duft-Micki? Oh ja, das ist die volle Dröhnung. Aber was haben wir hier drinnen? Aldehyde, Koriander, Tuberose, Gartennelke, Narzisse, Ylang Ylang, Eichenmoos, Honig und Zibet. Aber diese Mischung aus Eichenmoos und Honig ist schon krank. Wenn du auf dem 80er-Trip bist, absolut. Aber er ist halt OG. Er ist halt sehr floral und mit diesem Eichenmoos ist es halt ein bisschen grampmer. Also für eine neue Generation, no! Also für eine neue Generation, no! Also für eine neue Generation, no! Eichenmoos